Wow, wow, wow! So viele Seifenblasen! Meine Seifenblasenmaschine ist kaputt gegangen. Ich werde sie schnell reparieren. Huch! Wow! Ich kann fliegen! Cool! Dann kann ich jetzt endlich bis zur großen Rutsche auf dem Dach fliegen. Möchtest du mir dabei helfen? Nehmen wir den leichten oder den schweren Weg. Leicht? Schau mal, so kannst du mir helfen. Du kannst die Seifenblase mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur nach links und nach rechts bewegen. Versuche den Hindernissen auszuweichen, damit die Seifenblase nicht kaputt geht. Wenn du ein Hindernis berührst, geht meine Seifenblase kaputt und ich falle ein Stückchen nach unten. Los geht's! Lass uns aufs Dach fliegen! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Seifenblase Der Seifenblase Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach links und nach rechts bewegen Versuche den Hindernissen auszuweichen, damit die Seifenblase nicht kaputt geht Wenn du ein Hindernis berührst, geht meine Seifenblase kaputt und ich falle ein Stückchen nach unten Wenn ich bei einem Hindernis hängen bleibe, kannst du mich in der Seifenblase hüpfen lassen, indem du auf deiner Tastatur die Leertaste drückst Los geht's! Lass uns aufs Dach fliegen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jippie! Möchtest du noch mal spielen? Nein?